Hallo, hier ist auch schon wieder euer Ben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream, Ankarte, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Es geht wieder los, meine Freunde. Die Stadt brennt, alles ist in Schutt und Asche. Was ist hier los? Lass uns einfach anfangen mit der Geschichte. Ich weiß genau, worum es geht. Finde ich gut. Franzi findet das auch gut. Man muss ja auch mal Pause machen, ne? Man muss ja auch mal Pause machen und ein bisschen Luft holen und so weiter. Ich schneide den ganzen Tag Videos hin und her, gehe arbeiten, streamen und so weiter. Und da muss natürlich dann auch mal irgendwann ein bisschen Pause rein. Deswegen freut euch schon mal drauf. Ich habe heute das Halloween-Video geschnitten. Nächsten Montag, also pünktlich zu Halloween, kommt das Halloween-Video. Also ein kleines Halloween-Video vom Pokémon-Card, ne? Seid schon mal gespannt drauf. Habe ich heute fertig gemacht, saß ja auch wieder zwei Stunden dran. Ach, den haben wir jetzt hier vornherein gemacht. Ach, den habe ich jetzt hier vornherein gemacht, Mary. Ist das nicht ein wunderschönes Schiff, was wir da zusammengebaut haben, was... Es hält. Es hält auf jeden Fall. Ja, Chefkoch, der ist traurig. Generell ist es ja so gewesen, dass das Geheimnis von Monkey Island nicht auf Monkey Island ist, sondern da in der Stadt ist, wo wir angefangen haben zu spielen. Und die Seepiraten wieder jetzt in die Stadt gegangen sind. Und da wollen einige Paus Maulgauen haben, so ungefähr. Deswegen würde ja die Küche jetzt nicht brennen. Ich freue mich ehrlich schon auf das DLC von Resident Evil. Und ich muss sagen auch... Ich muss auch sagen, Capcom macht das besser als Silent Hill. Also Capcom macht das definitiv besser als Silent Hill. Weil... Also wenn Capcom irgendwas ankündigt, teasert oder wie auch immer halt... Ich muss sagen, damals zu Resident Evil 7, wo Resident Evil 7 angekündigt wurde, da wurde auch sofort eine Demo veröffentlicht. Und zwar Beginning Hour. Das heißt, man konnte sofort, obwohl es nur eine halbe Stunde war, konnte man sofort in Resident Evil einsteigen. Das ist genau so wie mit Silent Hill damals, wo Silent Hills angekündigt wurde von Kojima, konnte man auch sofort die Demo PT spielen. Und das finde ich immer geiler als Marketing, als zu sagen, so... Jo, ich habe dir jetzt einen Teaser. Dauert aber so drei Jahre noch, dann könnt ihr das Spiel mal spielen. Finde ich, weiß ich nicht, da bildet sich für mich kein Hypetrain richtig auf, so gesehen. Also geiler finde ich es so gesehen, wenn man sagt, so... Pass auf, das Spiel wird zwar erst in ein Jahr erscheinen, so ungefähr, oder in zwei Jahren erscheinen. Aber ihr könnt ja sofort eine halbe Stunde schon mal ein Teaser-Gameplay spielen, so ungefähr. Finde ich geil. Genau wie diese Demos von Resident Evil... Von Resident Evil 3 oder von Resident Evil 2. Die konntest du zwar meistens nur einmal spielen, weil die ging nur eine Stunde und nach einer Stunde durfst du die nicht mehr spielen, so ungefähr. Aber es war gutes Marketing, finde ich persönlich. Ich finde, es ist gutes Marketing. Und jetzt haben sie ja Silent Hill angekündigt. Es gab ja noch nicht mal mehr einen Trailer zum neuen Silent Hill-Film. Die haben nur ihre Vorstellungen präsentiert. Weiß ich nicht. Achso, die beschießen nicht gerade da. Stell dir mal vor, Die suchen nach vier Teilen, nee, keine Ahnung, wie viele Teile es gibt. Vielleicht sind es auch schon fünf Teile. Suchen die immer noch das Geheimnis von Monkey Island, also so. Die haben innerhalb dieser ganzen fünf Jahre nie das Geheimnis gefunden, oder wie darf ich mir das vorstellen? Schon erstaunlich. Das muss halt ziemlich gut geschützt sein, wie das One Piece so ungefähr. Ich bin beeinflusst von deiner Kresswind-Ramming-Technik. Alles kaputt gemacht. Nö, der lebt immer noch. Als wenn er sterben könnte. Als wenn man Piraten vertrauen könnte. Ja, da sieht sie doch gerade. Als wenn sich Piraten vertrauen können gegenseitig. Wo ist das denn, ja? Ich habe jemanden, die Elaine's scurvy flyer. Am ich zu late? Was LeChuck hier? Did Madison kommen? Did sie das gete? Wo ist das Geheimnis? Du hast es all diese Zeit gehabt. Ich habe wenig und viel. Was sind Sie auf das Wort? Nicht zu spüren mit mir. Ich habe die Karte. Das Geheimnis von Monkey Island ist hier. Was ist es, das du willst wissen? Kannst du meine Meinung leiden? Keine 필요. Ich kann dein Gesicht gut genug leiden. Das Geheimnis ist, wo du es wüsst. In der große Schicht nahe der Frontdecke. Wie, im Tresor drin ist das Geheimnis von Monkey Island im Tresor? Ich schicke das nicht mehr. Aber ich glaube, ich bin zu alt dafür. Das ist ja verwirrend. Das Geheimnis von Monkey Island ist nicht auf der Insel von Monkey Island. Warum heißt das Geheimnis von Monkey Island denn Geheimnis von Monkey Island? Wenn du es nicht verstehst. Warum hast du das Geheimnis von Monkey Island genommen? Ich habe nichts genommen genommen. Das Geheimnis von Monkey Island kam zu mir, wie du es siehst. Und es gehört zu jemand anderes. Achso, also das gab es mal aus Monkey Island. Das Geheimnis eventuell und ist dann angekommen. Okay. Dann bringen es wieder zurück. Ah, was habe ich getan? Ich habe mich verdrückt. Okay, okay. Was ist denn unsere Aufgabe? Ich muss jetzt gerade selber nochmal gucken. Wie war das nächste Inventor? Wie war das nochmal gleich in der Steuerung? Ach, T. T für To-Do-Liste. Keine Ahnung. Ich vergesse das immer. Die fünf Schlüssel für die... Ah, was? Fünf Schlüssel! Das Geheimnis von Monkey Island finden. Fünf Schlüssel, Alter. Waaat? Da ist das Geheimnis von Monkey Island drin. Aber die können wir nicht. Keine Zahlen, schade. Aber wenn da nämlich Zahlen drangewiesen wäre, dann hätten wir natürlich das Ganze in der Nachbauen können. Aber können wir nicht. Da folgt eigentlich die entschlüsselte Karte. Lol. Ich muss es hier verlassen, aber ich kann es nicht mit mir nehmen. Und ich muss die Karte finden, um sie zu öffnen. Ich muss die Karte finden, um sie zu öffnen, um sie zu öffnen, um sie zu öffnen, um sie zu öffnen, um sie zu öffnen. Wir müssen jetzt einmal fünf Schlüsse suchen. Ich habe vielleicht noch mehr Fragen für Sie später. Ich habe vielleicht Antworten, aber ich mache keine Worte. Heidi Witzker, wo kriegen wir die jetzt her? Ich bin ziemlich aufgeregt. Ich halte das Gefühl fest. Oh, okay, gut. Oh, okay, gut. Wie öffne ich den Tresor? Also die Entscheidung ist ziemlich schwierig gerade. Was drücke ich denn am besten? Ich glaube, ich drücke einmal, wie öffne ich den Tresor. Wie öffne ich den Tresor? Wie öffne ich den Tresor? Fünf locken, fünf Chäuser. Golden Chäuser. Hedden da lange, lange. Wo kann ich den Golden Keys finden? Die meisten sind schon schon gefunden. Ich habe einen selbst. Frau Smith hatte einen vor sie zu sterben, und Bella Fisher, auch. Also, ich habe einen gefunden, auf Bern-Ude. Das sind nur vier. Eine andere war supposed zu sein, auf Terror Island. Und das hat niemals nie gefunden. Hang on, ich schreibe alles auf meine To-Do-List. Das ist nicht so schwer. A lot of people nicht zurückkommen aus Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea, und niemand weiß woher. Sie hat ihre Schlüssel mit ihr. Oh. Kann ich holen die Schlüssel du hast, um es zu versuchen? Nicht so schnell, Brightboy. Whitey Bones ist nicht so einfach, Mark. Du prüfen dich selbst. Geh ein bisschen Blut in das Spiel. Find mich, wenn du mehr Schlüssel hast, als ich. Und vielleicht, ich spreche mit Partnern. Okay, alles klar. Sie gibt mir erst den Schlüssel, wenn ich die anderen Schlüssel auch habe. Eventuell will sie mich ja noch übers Ohr hauen nachher, aber naja. Okay, die Alte ist verrückt. Ich gebe kurz in Lurkmus. Alles klar, Franzi. Als wenn ihr nicht die ganze Zeit um Lurk ist. Ami, hab nichts gesagt. Ach so, sie hat zugemacht gerade. Ach so. Ja. Ja. Hey, Wally. Oh scheiße, ich hab's jetzt noch gehört. Wir haben nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Alp war das. Alp hat das gesagt. Alp hat das gesagt. Ich war das gar nicht. Ich hab immer noch seine Mono, glaube ich, nie mal wiedergeben, dem soll hier. So, guck mal. Fähig, ich hab's jetzt noch eine Schlüssel. Ah, das ist noch eine Schlüssel. Okay. Mrs. Smith. Da oben ist die andere. Wo ist der Mrs. Smith eigentlich schon wieder? Ach, das ist der Locksmith. Ja, da muss das ja hier sein. Das ist die Frau. Ich habe sie nicht so gesagt. Aber ich glaube, einige Leute haben. Mainly, wenn sie älter. Hast du gehört von den Goldenen Keys? Ja, meine Mutter hatte eine. Hat? Sie hat es in mir gehalten. Ich werde dir die ganze Geld du möchtest für deine Mutter. Das alte Ding? Wirklich? Würden sie im Gegenzug mein erstgeborenes Kind in Betracht sehen? Natürlich! Boah! So einfach, Alter, Wahnsinn! Das Leben ist nicht so oft wie das. Ha! Den ersten Schlüssel habe ich schon mal. Warte, sprich gut. Siehst du, das alte Schabrake? Den ersten habe ich schon. Whitey, ich habe einen goldenen Key. Jetzt sind wir gleich. Du kommst zurück, wenn du mehr als ich hast. Vielleicht können wir darüber sprechen. So, gut. Dann werde ich jetzt reisen gehen. Zeit, die Segel zu setzen haben. So. Wo wollen wir nachher noch? Terror Island erstes, ne? Hier. Hier ist ein treibendes Schiff. Okay. Ahoy! 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 Unnahm probably! Ahoy! Unnahm, wir Sie da kommen. Ich bin froh, wir können Sie da nicht machen lassen! Unnahm, wir Sie da kommen, Herr Kollege. Das ist kein Problem. Zumindest, wir haben auch ein gutes Protokoll. Wirst du mir spreche? Es ist doch so, was du machen möchtest. Es gab eine schreckliche Entschuldigung auf dem Schiff, wo ein Schiff der Schiff war, wo ein Schiff der Schiff war. Ich dachte, da finden wir nur die Zähne oder sowas. Wo hast du diese coolen Flagge mit dem Hohen gefunden? Wir haben sie im Ozean gefunden. Es ist Bella Fischers Flagge. Sie hat sie wahrscheinlich verloren, als ihr Schiff runterging. Ah, Bella Fischers, genau. Okay, 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 das ist ihre Flagge also gewesen. Dann können wir die mir ja sagen, wo das ist. Schade. Die wollen die Flagge nur so nicht rausgeben, bestimmt. Die sind nämlich gemein. Vor allem hier ein Biohazard. See Monkey Island. Hä, Monkey 2? Ach so, das Schiff an sich. Das ist wirklich spannender. Sea Monkey 2. Ist das nicht ein wunderschönes Schiff? Das hält bestimmt alles aus. Wir können doch nicht mal Anker werfen, wenn das ja wahr ist. Jetzt muss ich noch kurz was gucken. Ach, ich brauch die Flagge, brauch ich. Ahoy! 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 Permission, ankommen, Sir? Sorry! Scurvy ist die neue Plage. Bye. Ahoy! Das Schiff an den Schiff an den Schiff. Es sind bessere Tage. Ja, ich weiß. Die Schiff an den Schiff an den Schiff an den Schiff. Hey, hör auf! Oh, der alte Socke! Wo machen Sie denn hier um die Jahreszeit? Kann ich deine Flagge haben? Hörst du nicht mich? Scurvy, auf Bord! Quarantin! Du kannst es mir einfach an den Schiff an die Schiff. Na, Oli, wie geht's dir? Ich hab Franzi schon mal den Plan erzählt, vorhin, wie jetzt das weitergeht mit Streamen. I really don't think Scurvy is contagious. You don't know that? My sister's best friend's dad's dietitian says it is. Alles über hier. Wie ist, wie ist bei euch? Bei mir ist auch alles gut. Ich überlebe, ne? Ich überlebe. Ich bin ja alter Pirat und versuche ne Flagge zu kriegen hier. Hi. Don't let Scurvy bite you. Also, wie soll? Also, alles gut. I think it's not a juice. I think it's not a juice. Kann ich den Gold geben oder sowas? Okay, dann segeln wir erstmal weiter. Und segeln erstmal zur Terrorinsel. Dann segeln wir erstmal zur Terrorinsel, so. Flaggenfachgeschäft. Ja, ne, ich brauch diese Flagge da leider. Da gibt's kein Flaggenfachgeschäft. Auf jeden Fall, das Geheimnis von Monkey Island ist in den Tresor, die die Voodoo-Alte da hat, so ungefähr. Also, das Geheimnis von Monkey Island war die ganze Zeit auf der ersten Insel, wo wir schon waren am Anfang. Bei der Voodoo-Tante. Also, es gibt Sachen heute, ne? Die gibt's gar nicht. Also, Ole, weiß Bescheid. Also, nächste Woche wird noch gestreamt und danach für zwei, drei Wochen Pause gemacht erstmal wieder. Und dann geht's weiter mit der Plague Tale 2. Aber, glaube ich, hatte ich dir auch schon mal gesagt. Ein bisschen Pause muss ja auch mal sein. Das ist halt Monkey Island. Dafür gibt es ja nächste Woche zwei Streams, ne? Dienstag ist ja bei Ringo erstmal ein Stream noch. Bei Ringo werde ich ja dann auch nicht mehr sein nachher. Da wird der nächsten Dienstag auch das letzte Mal sein. Bei Fafni. Dann wird aber... Ja, Plague Tale 2 ist top. Was ich so gestern gespielt habe. Ich fänd's auch top, aber ich muss sagen... Die Stimme von Yugo, ne? Geht mir irgendwie auf den Sack, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Also, die Stimme von Amesia ist genau die gleiche wie vorher. Was soll man chillt denn hier wabern? Aber ich find die Stimme von Yugo, weiß nicht, die geht mir aktuell irgendwie auf den Sack. Ja, sag ich doch, Yugo Stimme geht gar nicht, ne? Genau meine Meinung. Die Stimme, das hört sich an wie so'n Frosch halt. Ja klar, er ist im Stimmbruch eventuell gerade, ne? Aber... Geht gar nicht. Geht gar nicht irgendwie. Also nächste Woche dann zwei Streams. Und zwar... Heute werden wir nicht mit Monkey Island fertig werden, sondern... Nächsten Donnerstag werden wir dann mit Monkey Island fertig werden. Und Freitag spielen wir dann auch schon Resident Evil. Also nächste Woche drei Streams. Dienstag bei Ringo. Donnerstag Monkey Island. Und Freitag Resident Evil. Macht euch auf was gefasst. Und danach Pause. Grafisch aber mega. Animation, Flammen, Feuer, Bäume. Ja, ich hab zehn Minuten hab ich getestet. Ich hab's jetzt noch nicht so viel gespielt, Ole. Ich hab zehn Minuten getestet. Nur geguckt, ob mein PC da schafft und so weiter. Also ich hab am Anfang dieses Versteckspiel gemacht, da so gesehen einfach. Und das war's dann halt. Also ich hab kurz gespielt, dieses Versteckspiel gemacht am Anfang. Und geguckt, ob das auch funktioniert und das war's dann auch. Mehr hab ich nicht gemacht, weil es war schon wieder zwei Uhr nachher. Es war ja schon wieder um zwei Uhr. In dem Sinne hatte ich gar nicht mehr Zeit gehabt, um noch mehr zu testen. Das ist nicht ne wunderschöne Insel? Wahnsinn, da kann man doch direkt Urlaub machen. Aber ich lass mich überraschen. Ja. Ist das gesund? Oh. Ah, was denn mit der Stimme da gemacht haben von Yugo, ne? Ich weiß nicht. Zum Glück ist die Stimme von Amicia immer noch die gleiche geblieben. Akt eins hab ich gestern noch gemacht, Akt zwei dann nächstes Mal. Aber hast du so für dich gespielt oder hast du gestreamt? Ich hab keine, ich hab keine Benachrichtigung bekommen irgendwie. Also ich hab keine Benachrichtigung bekommen, muss ich ehrlich sagen. Ich krieg aktuell irgendwie nur die Hälfte der Benachrichtigung. Das coole ist, es gibt einen Gottmodus. Einen Gottmodus. Brauchst du das unbedingt? Ich hab keine Benachrichtigung bekommen. Wollte mich blockieren? Das ist wahrscheinlich ich und dich blockieren, alles klar. Ich bin bei dir Mod-Weiß und blockier dich. Wahrscheinlich. Naja, ich müsste es ja anhaben, Benachrichtigungen eigentlich. Theoretisch. Aber du hast bestimmt so eine Uhrzeit gestreamt einfach, wo ich gar nicht konnte einfach. Da habt ihr ja ein ganz gutes Talent dafür so gesehen, so zu streamen, wenn ich gerade nicht da bin. Gucken online. Ola hat gestreamt. 51 Minuten. Nein, er hat gestreamt. Doch, doch. Gestreamt hat er. Benachrichtigungen sind aktiviert hier. Steht aber nicht, wann du gestreamt hast. Wann hast du denn gestreamt eigentlich gestreamt oder? Wann hast du denn eigentlich gestreamt? Also Benachrichtigungen sind auf jeden Fall an. Wann haben sie denn gestreamt? Wann ist das. Wann ist das. Wann ist das. So, 21.30 Uhr, so circa, 21.03 Uhr, was habe ich denn gestern 21.30 Uhr gemacht? Ach, gestern, ja, gestern, gestern war ich beim Sport und dann habe ich mich mit Paul getroffen und dann ein Bier getrunken. Aber, ne, die beiden Benachrichtigungen, ich muss mal ehrlich drauf achten weiter, aber ich habe keine bekommen. Ich bekomme von vielen, von Gamshu, von Lea und so weiter, kriege ich alles eine Benachrichtigung, auch von Hachiko und so weiter. Aber entweder habe ich die übersehen oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall, gestern habe ich, ähm, gestern habe ich Videos noch fertig gemacht. Also, ich habe gestern erst mal noch Videos fertig gemacht. Ich habe gestern Sport, also Arbeiten, Sport, habe ein paar Videos fertig gemacht, habe ich mich mit Paul getroffen und das war's dann. Warum ist das Ding hier zu, Alter? Oh, kann ich nicht aufrunden, hiermit? Ich bin schon noch mal gehalten, aha. Ist hier, ist hier nicht, ist hier nicht irgendwas dran oder? Ich mag die Insel jetzt schon nicht, wollte ich nicht vorwärts kommen. Da muss ich dann das nächste Mal gucken nochmal. Ja, aber die Frage ist dann auch soweit für mich, weil jetzt, ob ich dann bei dir zugucke und mich halt Spoiler so gesehen, oder ob ich mich halt selbst überraschen lasse. Ist ja auch, ist ja auch wieder so eine Sache, ob ich jetzt bei Diaplektil zugucke oder mich im Nachhinein halt selbst überraschen lasse. Hier ist ja überhaupt nichts zu holen. Hier ist nichts zu holen, irgendwie gerade. Ah, hier ist ja noch eine Tür, sehe ich gerade. Ich kann da ein Schild nehmen. Lol. Das andere Schild konnte ich nicht nehmen, oder? Da muss ich gleich nochmal gucken gehen. Ist das nicht noch ein Universalschlüssel, den ich hab? Schade. Aber das Brett kann ich nicht mitnehmen. Also XYZZY, das muss ja dann irgendwie ein Code sein, oder wie? Es wird schwer zu sagen, die Flora aus der Fauna zu erzählen. Ach, lol. Hey, hier bin ich da vorne rumgelaufen schon. Jetzt kam ich direkt da raus? Okay, gut. Ach, das ist das gleiche Tor gewesen jetzt gerade. Ach so. Ich war nur gerade irritiert, weil ich nicht rumgehen musste gerade. Zu einem unglücklichen Ort. Ach, Schlüssel. Schlüssel haben wir doch gefunden gerade. Läuft doch. Ich war nur irritiert, weil er direkt von hier aus gestartet ist, nämlich. Zack, gehen wir rein. Dann bräuchte erstmal. Es wird schwer, die Flora aus der Fauna zu erzählen. Ich dachte, hier war noch irgendwie Feuer oder sowas. Kein Feuer hier. Oder krieg ich die so einfach an? Nee, krieg die ja nicht so an, oder? Ich geh nochmal da an. Nein, man krieg die ja nicht so an, oder? Ich brauch ja dafür Feuer. Okay, also ich muss jetzt erst irgendwie das Ding anmachen. Ich muss jetzt erst irgendwie das anmachen. Da ist eine Geheimnisvolle Lichtung, da ist aber kein Feuer. Ja, was ist das? Ein bizarrer Hai, da war ich noch gar nicht. Komischer Baum, der anscheinend lebendig ist. Jetzt die Frage, wo kann ich die Laternen anzünden? Kann ich hier noch irgendwas machen auf der Ansel jetzt gerade? Ich hab das hier zum felsigen Strand. Da war nicht so weit wie ich weiß, oder? Lichtung. In der Lichtung war nichts gewesen. Da ist nichts gewesen. Da kann ich noch mal kurz gucken gehen, einmal. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Zu einem verschlungenen Fahrrad. Aber ich weiß ja, wovor er ist eigentlich, also in dem Sinne, ob das dann funktioniert, ist die zweite Frage. Aber hier ist schon mal nichts zu holen. Das ist gut, und ich glaube, ich werde das Es sieht sehr alt und aus und drüben. Ich denke, ich werde meine Coke-Pocken mit diesem Fertig-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald-Wald. Das sieht aus wie ein anderer gröntiger Pirate, der einen schwarzen Faden hat. Ja, das ist ein... Bleib zurück! Ich kann dich sehen! Franzi ist wieder da! Franzi ist wieder da! Dankeschön! Ich bin Ned Filigree, Accountant! Ich will nicht sein, es ist, dass... Franzi ist wieder da! Hallo, Franzi! Ich lass mich raten, du hast deine Arbeiterstullen gemacht! Wer ist denn, Frida? Ja, hast du gehört von Stand-Man? Okay, kann man machen, nur muss man über die Kammer. Ich werde ein langer, langer Zeit schicken. Ich kann mich aber nicht nervös sein. Aber eigentlich, ich glaube, ich habe DECADS bevor ich wirklich muss über das. Vor allem ich werde die Inseln ein bisschen erkunden, ne? Hier ist ja nix. Hier ist ja nix. Wo ist die andere Hände? Keine Ahnung. Kann ich die Bildung? Nein, das wäre lustig. Das ist ein ziemlich guter Schuss da. Was ist in es? Alles, was ich habe. Die früten von einem Manns Leben. Die Yardstick durch die ich werde, wenn ich weg bin. Es ist meistens paperwork. Er ist seit Jahren und Jahren in jail. Warum soll ich ihn geblockt haben? Hä? Spinsett war oder was? Warum soll ich denn Ole blocken? Was lese ich da im Chat? Ach, ich kriege manchmal von Twitch keine Benachrichtigung. Also ich habe keine bekommen, dass Ole gestern online war. Oder ich habe die weggemacht aus Versehen. Oder keine Ahnung. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich eine Benachrichtigung bekommen habe von Twitch. Das ist schon merkwürdig. Ich glaube von Ringo kriege ich auch keine Benachrichtigung von Ringo, glaube ich. Ist das eine Zelle? Oh, nein. Oh, warte. Es ist ein Seagull. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Vielleicht will er Brennholz haben, einfach. Halt es! Halt es! Halt es! Bist du sicher, dass du nicht haben? Wir sind sicher. Niemand ist niemals 100% sicher. Ihr seid auch schon merkwürdig. So, jetzt habe ich gesagt. Boah. hier ja jetzt beginn wir erstmal inseln hier so weiter alle und dann gucken wir mal die schenzen erst die jahre und 1.5 Meilen. Das ist, wo all die Driftwäde geht. Elaine und ich schwimmen da manchmal. Elaine? So, die Glocke... Die Glocke ist aktiviert, Franz. Ja. Ich war... Ich hab grad noch mal geguckt, dass die Glocke aktiviert ist. Die Glocke ist aktiviert. Ich arbeite im Süden von Parrot Rock und im Süden des Waterfalls. Ich habe eine Glocke mit der Glocke. Und dann habe ich... Hey! Das war eine Bildung von uns. Was ist mit dem Meilen? Die Piraten mussten das von Elaine haben, um sich zu zeigen. Oh, das ist das, was sie mir gesagt haben, als sie mir gemacht haben. Elaine und ich diskutieren, ob es sieht wie... Oh, ich liebe das Ort. Das ist wie eine 100-Foot-Candy-Candy-Candy. Wow! Elaine hat sich wirklich beschäftigt. Das ist von einem Portrait von Elaine und mir. Soll ich damit noch irgendwas machen? Oder warum kann ich das immer noch so weg machen? Ich lass das mal was. Aber komisch, dass er zerrissen war, das Bild. Wir werden nächstes Mal testen. Alles klar. Ah, es ist schon ziemlich merkwürdig gewesen, dass, äh... dass das Bild zerrissen war. Also das hat schon ziemlich komisch gewesen, ne? Dass das Bild zerrissen war von uns beiden, ne? Okay, also da gibt's nicht mehr so viel... Ach, den Schock, das Schiff ist auch wieder da. So far so good. So, um... Obviously, I'm actually Guybrush-3-Blood. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Yeah. Sorry for tricking you with the other two. Two? Uh, one. That's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChucks Rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. Ah, was will ich jetzt auf dem Schiff da eigentlich? Da ist ja eigentlich nichts, oder? Da ist ja eigentlich nichts bei dem Schiff jetzt. Aus geht's zwar alles auf der Karte einmal durch, um zu gucken, wie ich weiterkomme. Aber eigentlich so... Hm... Ich weiß nicht, ob da was sein sollte. Uh, don't tell the Chuck I was here, okay? Don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit, um... Scared. Er wird manchmal ein bisschen unheimlich, aber nur manchmal. Still not funny. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Warum auch jemand? Brrrr... I wouldn't want to wake him up. Brrrr... These things get more sophisticated every year. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas klauen können so ungefähr, aber... I think it's just a sculpture. I hope it's just a sculpture. Da ist aber noch die Katze... Es ist nicht eine gute Zeit, um die Tension zu erzeugen. Es brennt jetzt auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich zurück zu Malay so gesehen, wo wir am Anfang waren, weil es da auch gebrannt hat, aber so geht es natürlich auch. Da haben sie auf jeden Fall zugemacht. Erstmal den Pfeffer mitgenommen, ich klaue hier einfach alles. Wir können jetzt mal wieder zurücksegeln, weil wir können ja jetzt da mal reingucken hier in das Loch. Das Loch der dunklen, tiefen, finstern, das können wir jetzt reingucken, weil wir haben ja das noch ein bisschen Öl drin. Vielleicht bringt das ja was. Seht ihr? Ein bisschen bringt das schon was. Geil, schön Labyrinth. Da bin ich wieder rausgelaufen. Da wo das X ist, kann ich da reingehen oder soll ich da nicht reingehen? Da brauche ich am besten so eine Karte wieder, ja nicht? Hi, I'm working due east of Parrot Rock and due north of the waterfall today. Da brauche ich da finde ich eine Karte. Das ist der erste Karte. Ja, das wird so nichts. Einfach mal gucken gehen, einmal ob... Na, aber der wird ja wohl keine Karte haben von dem Dings hier dort. Oh Gott, was ist hier passiert? Mein Kartenmaler, die haben ihn überfallen. Oh... Ohne, der Kartenmaler ist weg. Oh... Und ich habe gedacht, der kann mir eine Karte malen. Wo ist Wally? Wally ist weg. Schlechter auf jeden Fall. Wally ist weg, alle sind weg. So kommen wohl nicht weiter. Ich habe eine Vollebellen von weit genug. Wally ist weg. Diese Karte sind weg, wo es ist. So, ich glaube so. Wally ist weg. 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 Ich habe ein Problem für etwas zu tun. Ich bin nicht mit dem. Wally ist weg. Hmm, es ist eine große Kabel. Okay, noch ein schlechtes Zeichen, alles klar. So viele schlechte Zeichen hier heute, Wahnsinn. Ist ja auch kaputt hier. Die habe echt nicht so kaputt gemacht, also das ist... Ich habe nicht so kaputt gemacht. Otis, Otis, Otis. Was werden wir mit dir machen? Ich habe nichts gemacht, diese Zeit. Ich habe mich gegründet. Wo ist Stan? Haben sie ihn verlassen? Nein. Stan wurde verletzt zu einem schweren Zeit. Sie wissen, dass er sich repräsentiert hat? Ich habe gehört, dass das ungewöhnlich ist. Sie haben ihn zu dem Eisquarry in Bermuda. Lasst uns bald wieder besitzen. Ich habe eure Leute, kenne meine Leute! Ich habe nicht einen Schlüssel gehabt dafür. Die meisten dieser Serialnummer wurde ausgelöst. Schade, den kriegen wir nicht raus wie es scheint. Gut, dann werden wir mal einmal kurz... Was? Was ist hier los? So Winter ist Coming oder wie? Oh, ich habe meine Linien auf meinem anderen Schiff. Es sieht aus, dass du viel mehr als Linien auf deinem anderen Schiff hast. Dadurch zu einer Aufbruch von Skurvy, alle Schiffe, die nach links gehen, sind notwendig, um Linien zu tragen. Das klingt wie eine rechtliche Wahl. Du musst zurückkehren. Schade, 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 schade. Ich wollte nämlich da oben hin, aber es kommt ja wohl nicht, weil ich hier halt... Schlechtes. Aber dann kann ich halt Limetten holen, oder? Bambam, 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 Bamba. Wo finde ich die Mythgroße? Ich hätte besser mit Alain sprechen, bevor ich die Linien aus der Fondation... Ah, ich muss jetzt mit Lien sprechen schon wieder. Lien, wo war die denn? Also gucken, wo die denn war überhaupt. Nördlich des Papageienfelsens und nördlich des Papageienfelsens und nördlich des Papageienfelsens. Vor einem anderen Felsen. Das war ja nördlich. Nördlich, ja. Franzi, das war hier Winter is Coming. Wie soll ich da vorbeikommen mit dem Schiff überhaupt? Vor allen Dingen, als wenn wir da durchcrushen können, so ungefähr. Da Franzi schon vom Zugucken wieder kälte Pupusseln. Aber nördlich und östlich. Hä, wo soll sie sein? Bin ich dann blöd gerade oder was? Arbeite heute östlich der Papageienfelsen und nördlich östlich vom Papageienfelsen und nördlich vom Denkz. Also muss es ja hier irgendwo sein, hier. Nö, wo bist du? Östlich, östlich vom Papageienfelsen und nördlich vom Denkz. Also muss es ja hier sein. Hier irgendwo muss sie gerade arbeiten, hier so. Woll, da ist der Papageienfelsen, dann östlich, das ist hier und nördlich vom Wasserfall. Also hier. Da sie doch. Ha! Ja, aber das Foto war ja zerrissen. Also irgendwas ist da ein bisschen schräg bei ihr auch. Also findet ihr nicht, dass es komisch ist? Sie hat mir zwar geholfen mit dem Boot zusammenbauen und so weiter und so fort. Aber irgendwie so, hm, meinst du nicht? Erstmal, aber ich denke, dass sie etwas zu tun sind. Die Safe hat diesen wunderschönen Glow, den sie vorher noch nicht hatten. Wollt. Oder sieht das verkehrt. Können Sie noch ein paar Limes? Du kannst ein paar. Ich habe Probleme, sie zu geben, eigentlich. Das Projekt hat ein bisschen geholfen. Wir haben viele Limes, wie Sie sehen. Aber die Leute versuchen sie zu nehmen. Sie sagen, sie lieben die Taste und sie glauben nicht, dass sie mit Scurvy helfen. Als elektrischer Offizierer, ich könnte ein Ereignis haben, aber als privater Bürger, ich muss die Leute überzeugen. Ich habe versucht, diesen Flieger. Ja, ich habe gehört, dass sie das. Ich weiß, ich weiß, dass es sehr süß ist, aber die Fakten sind da. Die Schriftart ist das Wichtigste. Comic Sans SMS oder in den Comic Sans SM heißt das. Ne, oder so, keine Ahnung. Damals genutzt immer Aria Black oder Comic oder Times New Roman oder sowas. Es geht einfach nur um die Schriftart immer. Das ist wichtig. Wo ist die Schrift für die Schrift? Was ist, wenn der Text aufgeren, in der Luft ist vor der Justiät? Nein, ich glaube, dass das sehr viel Unterschied macht. Was ist mit den Berichten anzuladen? Es kann weniger Lines sein. Menschen nicht Leiden lieben, ist Teil des Problemen, doch. Gellte Punkt. Ich weiß nicht, was du? Es ist im Grunde ein Selbstmärkte Problem. Und keinem uns ist ein Experten bei beiden von diesen Dingen. Ich verstehe, was du meine. Ich werde auf die Flieger herausfinden. Vielleicht kann ich einen Verkaufs- und Marketing-Expert finden. Okay. Wie süß! Du hast uns das Bild wieder zusammengebracht. Ich denke, du solltest es behalten. Du solltest Limes versuchen. Sie helfen zu preventieren. Wo hast du das gehört? Ist das mehr von deinem Science-Mumbo-Jumbo? Du musst du weg, bevor du siehst. Du solltest Limes versuchen. Sie helfen zu preventieren. Wo hast du das gehört? Ist das mehr von deinem Science-Mumbo-Jumbo? Ah! Ah! Nonsens! Das ist alles ein Trick, um ihre Plunder zu retten. Als ob du keine Plunder hast. Kann ich deine Flagge haben? Hörst du mich nicht? Scurvy! Auf Bord! Die machen mich fertig, die meine! Gib mir doch einfach die Flagge da! Ja! Es ist wahrscheinlich crawling mit Scurvy! Trust me! Bye! Don't let the Scurvy bite you! Das wird also so schonmal nicht. Na gut! Dann gucken wir mal, ob wir jetzt zu der anderen Insel erst mal kommen. im die Metten geprüft aber danach nur unsere Reise müssen sie Sind Sie Pirat? Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Play 1? Keine Ahnung. Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es an der Geschäftsreise? Keine Ahnung, nein. Nein. Da sind wir ja. Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied in der Piratenpartei? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Haben Sie Frage 4 angekreuzt? Nö. Ich werde weder 27 noch 28 bei Watt? Alter, so viele Fragen, Alter. Die ganzen Tests hier. Ah. So viele Fragen. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie Frage 29... Was? Das ist genauso wie bei Asserex und Obelix hier mit diesen Paragrafen-Ding-Dings hier. Finden Sie hier bla 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 Keks, um gerade da anzukreuzen. Okay, okay, okay. Also, haben Sie Frage 4 angekreuzt? Nein. Ich werde weder 27 noch 28. Führen Sie... Führen Sie... Führen Sie... Führen Sie großes... 4 bei der Zeichen? Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 bei der Zeichen? Ja. Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Jo. Ah. Wenn Sie 9 angekreuzt haben, haben Sie nicht 2 angekreuzt? Nö, hab ich auch nicht. Waren Sie im Winter noch nie auf... Nö. Viele, viele Bäume fällt ein Biber so. Ja. Keine Ahnung. Haben... Da kann ich keine Ahnung... Was... Hier eine Vergangenung übertragen oder ein paar Lüge... Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Ist die Antwort auf 13 und... Fährt sie rein? Das ist okay. Wenn Sie die Frage... Kreuzen Sie das hier an? Wenn Sie die Frage einen angekreuzt haben... Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört? Ich denke also bin ich. Das ist ein Söhn. Ich kann bestätigen, wenn das ist... Das ist ein Söhn. Ich kann bestätigen, wenn das ist... Ich glaube ich bin fertig. Fix und fertig. Wir haben ein paar Mal aus dem Start. Wir haben nicht Piraten auf den Mietern. Wir haben nicht Piraten auf den Mietern. Ich werde das bitte, dass Sie diese Wasser sofort verlassen. Das hilft Ihnen, einen Piraten zu finden? Nein. Was? Schreiben Sie hier ein tolles Urteil. Ja, T für ein Spielfeld Abo. Nochmal ausfüllen. Also das fülle ich nicht aus. Okay, gut. Wir sind kein Pirat auf jeden Fall. Muss ich das überhaupt ausfüllen alles? Kann ich das nicht einfach so lassen jetzt so? Fertig? Okay. All right. Let's see how you've done it. Hm. Good answer. Interesting, you would check that one. Good pen and ship. Not checking that was smart. Okay. This looks in order. You may proceed with... Strange grade. Strange grade. Ich hab ja kaum was angekreuzt grade, aber halt Pirat hab ich weggelassen jetzt. Und dann hat's funktioniert. Wahnsinn. Wow, sind wir bei Wikingern gelandet hier? A bucket filled to the brim with rotten fish bones. I'm staying far away from this. Ich will mal kurz hier außen rum erstmal gucken. Ach, da ist er ja schon wieder. Order, order in the court. Und zack. Kühlschrank gekauft. Ich bin mittendrin in den Kühlschrank. Ach, hier ist der Schlüssel hier oben. Guck mal da. Ich hab einen Kühlschrank gekauft. Und jetzt kaufen sie noch irgendwas mit dem sie überhaupt nichts anfangen können hier. Und jetzt kriegen sie noch etwas dazu, mit dem sie überhaupt nichts anfangen können. Diese kleine Violine. Und jetzt kommt das Päure. Und jetzt kommt das Päure. Ich bin fertig. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Und jetzt kommt das Päure. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Das ist ja schon. Es ist eine sehr regal-artige Ice-Sculpture. Hi, gibt es eine Chance, dass ich in den Quarren kommen kann? Nicht viele versuchen hier zu kommen, nur rauszuhren. Was ist der Grund für deine Besuchung? Es ist ein soziales Telefon. Wir haben eine Besuchung, aber es ist ziemlich streit. Wer sind Sie hier zu sehen? Stan. Wir haben einen Stan. Ich bin ein bisschen surprised, dass er einen Besuchung hat. Kannst du erheben, dass du ihn kennenzulernen? Ich kann ihn beschreiben. Ein Lüge Jacket. Es ist niemals losz, seine Arme oder seine Leger. Das klingt wie ihn, aber ich sollte sehen, dass ich ein bisschen physikalisches Zeugnis habe. Bring mir einfach etwas, das zeigt, dass ihr zwei in einem Raum zusammengekommen habt. Damit kann ich meinem Vater, äh, meinem Boss, dass ich meinen Job gemacht habe. Was ist das denn? Äh, nichts. Wenn wir im selben Raum gewesen sind, also. Meine Theorie jetzt erstmal. Nice view. Kann man hier noch höher gehen? Wahnsinn. Wie viele Grate wohl sein möge. Da ist er, der Schlüssel. Die brauchen den Schlüssel. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Your majesty. No need to be so formal. This is Bermuda. You're a Josh three foot, aren't you? I'm Odina the ninth. I know your wife. Delaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Just the one I'm aware of. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Is that one of the golden keys on your head? Welded to my crown. That's correct. The crown of keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it's perfectly safe with me. And with the armed guard standing at the foot of the stairs blocking your exit. You might touch the crown if and when you become queen and not before. Become queen? Interesting. Als wenn wir hier noch König werden wollen jetzt ungefähr. You have to earn it. Win it. Rest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that of course. But by the traditions of Bermuda, all are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in three contests. The contests test your heartiness, your seriousness, and your intelligence. Can I select a champion to compete for me? Assuming you don't mind that your champion becomes queen, and you yourself are still not allowed to touch the crown. Yeah, that second part sounds like a deal breaker. I challenge you to the contest of seriousness. Come with me. Frey, sind die ja nicht so schwer. Frey, sind die ja nicht so schwer so gesehen, die Sachen, die wir da machen müssen, und sind dann König und König Schlüssel nehmen dann. Will wir ansehen, ne? Also, es ist ja nicht so kompliziert. Also, hab ich die Hoffnung jetzt einfach. Dios mio. Dios mio. Ein weiterer. Dios mio, meine Freunde. Ich will diesen Schlüssel haben. Ich will diesen Schlüssel haben. Bermuda. Bermuda. Is that the best you've got? Das war's. Was ist der Unterschied zwischen einem Schubi und einem Mob? Also ich muss sie zum Lachen bringen. Okay. Sie hat schon jeden Witz gehört, sagt sie. Das war's. Sie lachen. Das war's. 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 Ach, die hätte der Wischgeräte. Das war's. 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 Es gibt gerade so viele Fragen, es gibt gerade wirklich so viele Fragen gerade. Es gibt gerade so viele Fragen, Fragen über Fragen, wie komme ich jetzt durch dieses blöde Labyrinth eigentlich? Ich komme ja nicht durch das Labyrinth. Weil, wie komme ich jetzt ohne Karte durch das Labyrinth durch? Gar nicht, würde ich sagen. Darf ich jetzt sagen, gar nicht erst mal. Ich brauche auch noch einen Marketing-Experte, vielleicht ist er eher ein Marketing-Experte hier. Vielleicht ist er eher ein Marketing-Experte, keine Ahnung. Ja, mal gucken wir einfach. Ach und auf dem anderen Bild, auf der anderen Seite von diesem Bild ist bestimmt Stan drauf. Und diese andere Hälfte brauchen wir ja, wo Stan drauf ist, damit wir das dann zusammenfügen können mit unserem Bild. Also bräuchte ich jetzt erstmal die andere Hälfte von dem Foto, aber er will mir nicht sagen, wo die andere Hälfte ist. Ah, ich lasse heute noch aus, ja. Also ich brauche die andere Hälfte davon noch. Jahre und kein Kommentar. Ich brauche jemanden, der weiß, wie es an die Zähler zu verkaufen ist. Er ist seit Jahren und Jahren. Keine Ahnung, wenn wir rinnt. Wenn wir ein paar Cracker haben. Also brauche ich die andere Hälfte von Stan so gesehen. Und wie bekomme ich die jetzt schon wieder? Ich gehe nochmal zu dem Gefängnis, vielleicht ist da noch irgendwas drin, aber... Ich glaube nicht dran. Ist hier noch irgendwas? Na, es wird ja im Gefängnis jetzt nicht irgendwo ein Foto von ihm drin sein, von Stan. Es sagt, Jail-Rules. Das ist gut. Aha. Ja. Das ist gut. Das habe ich mir schon gedacht, dass da eventuell was sein würde. Ich werde dir mal kurz was zeigen. Ich will dir mal ganz kurz das Bild zeigen. So, na, es geht so Stück für Stück geht es voran. Jetzt haben wir dieses Bild hier, was so zeigt, dass Batman und wir auf ein Foto sind. Also, wir dürfen reingehen. Das habe ich gesagt. Aber genau so rausgeschnitten, dass es ihn nicht trifft. Wahnsinn. Also, noch ein Knast ungefähr. Na ja, die machen da Eisskulpturen, würde ich sagen. Stan und sein, ey, der ist auch hyperaktiv, oder was? Aber Ole, oder was, der ist auch hyperaktiv, oder was? Der ist auch hyperaktiv. Das ist ja schlimm, oder? Das ist ja schlimm. Es wird hier mal eingeordet, dass die eine Karte ist. Oh, nur ein Monat, das geht auch noch. Ich weiß nicht, warum es so großartig ist. Es ist einfach kreativ Geld. Es ist leicht, wenn Sie wissen, was mit den Figuren zu tun haben. Ich habe einen Accountant, Ned Filagree. Er ist ein Genie mit diesen Sachen. Wenn sie seine Figuren gesehen haben, dann sagen wir mal, das erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, zu fangen. Was war der Name von deinem Accountant? Ned Filagree. Er ist gut, und er arbeitet günstig. Wichtig ist, dass er ein Meticulous-Rekord-Kieping hat, das problematisch sein kann, wenn jemand zu nahe sieht. Ich denke, ich werde ein bisschen rumlaufen. Ich dachte, Stan kennt sich mit Marketing aus hier. Nehmen wir mal, das ist falsch. Elayne und ich könnten ein paar Marketing-Advice benutzen. Die Marley-Foundation versucht, die Skirvy durch die Lime zu veröffentlichen, aber niemand ist bereit, sie zu nehmen. Ich fühle deine Schmerzen, son. Ich hatte ein ähnliches Problem, die Lebensversorgung in der Farming-Community verkaufen. Manchmal wissen die Leute nicht, was sie wollen, auch wenn sie es wollen. Hast du irgendwelche Promotion-Materialien? Elayne hat dieses Pamphlet gemacht. Also wenn wir das so jemand jetzt in die Hand drücken würde, würde ich auch so sagen, so... ...was... ...was... ...I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this bladder. It's a little dry. It's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell me what to do and I'll tell her? No, no, that won't do. Things get lost in translation. A Winnie isn't a Winnie if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. I think I'll poke around a little more. Enjoy yourself, son. Okay. Siegeling dich wieder zurück jetzt einmal? Sag ich ihr bescheid, wie's ist? Sie muss dahin gehen. Stan muss wieder hierher kommen. Ja. Wir können aber nicht einen Monat warten hier. Sollen wir jetzt einen ganzen Monat warten oder was? Oder was, Freunde? Das ist doch... Oh, die lieben sich. Wunderschön. So. Wartet mal. Ist das ein Buchhalter? Das ist ein Buchhalter, ist das. Deswegen ist er auf der Insel. Ach so. Hat sich denn der Spiritspilformel ein bisschen erreicht? Joa, der Spiritspil hat mich auf jeden Fall erreicht. Der Spiritspil hat mich auf jeden Fall erreicht. Kannst du mich jetzt verstehen? Ein bisschen kann ich dich verstehen. Ich habe natürlich die alten Teile noch nicht gespielt. Vielleicht sind die auch gar nicht mein Fall. Die ganz alten Teile. Kann ja auch sein. Ich werde dich auf jeden Fall mal anspielen. Aber mal gucken. Der kommt in einem Monat wieder. Hans-Peter. Ich kann dir auf jeden Fall ein bisschen verstehen. Und wie gesagt, vielleicht werde ich ja den ersten Teil dann auch noch spielen. Also den werde ich auf jeden Fall spielen. Ein bisschen antesten. Ob ich ihn komplett durchspielen werde, ist die zweite Frage. Okay. Wir reisen hier von einem Ort zum nächsten, der Wahnsinn, wir sind richtige Piraten, ho ho ho, wir segeln los. Wollen wir denn Stan jetzt verknacken? Der hat jetzt nur einen Monat bekommen, so gesehen. Wollen wir ihn jetzt verknacken? Für auf 10 Jahre oder wie? Nein, du sollst da reingehen. The evidence is so entered. Hmm. The court requires that net filigree swear an affidavit, if said evidence is to be accepted. Can your honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in case it is not. I see. Okay. Okay. I withdraw the question. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish V.A.V. Customs documents that your name is actually Guybrush Greenwood Esquire. Oh, Guybrush is more of a jovial nickname. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no. I have to do a month standing on my head, but not 10 years. I have to get out of here. You're right? You're right. So was the plan. Now you're going to get out of here. Hey Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. I can't get out of here. Guck, I can get out of here. I have to get out of here. I can get out of here. I can get out of here. I can get out of here. Come copy it down. So, jetzt hole ich den Schlüssel, jetzt lasse ich fix den Schlüssel machen einmal und dann holen wir Stern da raus und dann können wir mit Stern zu der Limetteninsel gehen, denn wird das umgetextet, dann können wir von dieser Flagge holen und dann geht es weiter. Ich habe den Plan, ich habe den Durchblick, sage ich euch. Ich komme zwar nicht schnell voran, aber so Schritt für Schritt komme ich voran. Jetzt sehen wir wieder, das ist ja mein Jahr, guckst du Ole, ich habe den Plan einfach, ich habe den Plan, Ole. Hey, Stan. Unlock es schon. Ich kann es mir selbst nicht machen, weil meine Hände nicht weitergehen können. Ah, Freiheit. Jetzt kommen wir hier aus, bevor sie kommen, um die Schlüssel zu verbrechen. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. There's a handy tunnel over there, where Chisel Pete escaped a few days ago. I'm so glad you could come. Wisse, ganz einfach, bin beeindruckt. Ich bin auch manchmal beeindruckt von mir selber. Ich bin zwar kein Experte am Point-and-Click-Adventure, aber manchmal, da habe ich diese Geistes-Splitze. Und wenn Stan das Ganze umtextet, dann können die, die Skomboot haben, kriege ich auf jeden Fall die Flagge. Und dann sehen wir weiter. Aber ich kann gar nicht so arbeiten, wenn Stan da die ganze Zeit umherfuchtet, könnte ich gar nicht so arbeiten. Aber wenn der so umherfuchtet, so gesehen, keine Ahnung, dann könnte ich nicht konzentriert arbeiten. Und dann sehen wir weiter. Instagram schon meine Story angeguckt. Ich habe eine ganz große News gemacht, zu dem Silent Hill Showcase, der gestern war. Silent Hill hat ja gestern zweieinhalb Spieler gekündigt und einen Film. Und da ja gestern Silent Hill einen Showcase gemacht hat, einen Livestream gemacht hat, zieht heute Resident Evil direkt nach um 23.30 Uhr. Also heute um 23.30 Uhr kommt noch ein Livestream von Resident Evil. Vielleicht werde ich den Livestream direkt kommentieren. Mal gucken. Ist ja noch eineinhalb Stunden Zeit. Vielleicht werde ich das im Stream auch so direkt kommentieren. Mal gucken. Das ist der neue Flyer. Schön, schön. Ich kann immer nicht runterscrollen. Irgendwie weiß ich nicht, wie man halt runterscrollen kann. Keine Ahnung. Aber ich nehme das mal so hin einfach. Todeskugeln beiß rein, Alter. Noch nicht geschafft heute. Gar kein Problem. Aber heute noch kommt noch ein Stream und mal gucken. Ich bin gespannt, was Resident Evil eigentlich ankündigen will heute. Also was Capcom ankündigen will. Was will Capcom jetzt noch ankündigen? Die können Resident Evil Versus noch irgendwas machen, so gesehen. Oder halt zu, ähm, zum DLC von Rose noch irgendwas zeigen. Aber ansonsten können sie ja nichts, ich weiß nicht, was sie noch angehören. Halt Resident Evil 4 können sie noch irgendwie Gameplay zeigen. Das war es dann aber auch schon. Ich habe ein paar spannende Skurvy-News für euch. Schreib das. Die Lästeharen nach Wachs. Entfernt Bauchfett. Halt aus Skurvy. Fantastisch. Fantastisch. Hast du einen von diesen Skurvy-Kurvy-Globchen gefunden? Natürlich. Hier. Diese kleine Griechen. Du bist sicher, dass es keine Zeit gibt? Das heilt sogar Skurvy. Äh, Skurvy. Du findest nicht einen Riff von Science. Wir sind gesammelt. Beide diese und willkommen aufbord. Vielleicht fände ich auf diesem Schiff jetzt irgendwas so gesehen, äh, was ich halt machen kann, äh, für, um das Buch wieder zu bekommen. Ich bin sicher, dass sie eine kleine Flagge nicht missen, aber ich würde auch lieber nicht fragen. Ich bin sicher, dass sie eine kleine Flagge nicht missen, aber ich würde auch lieber nicht fragen. Ich bin sicher, dass sie eine kleine Flagge nicht missen, aber ich würde auch nicht missen, aber ich würde auch nicht missen. So, mit der Flagge soll ich jetzt irgendwas anfangen können, oh, oh, oh. Ich habe jetzt die Flagge bekommen. Wir sind ja genau da so ungefähr schon. Wahnsinn. Falscher Knopfdruck, gerade. Ah, da war ein Delfin gerade. Wir können ja, wie lange können wir die, äh, die, oh, sechs Minuten, waren nicht immer sieben Minuten oder acht Minuten konnte die Luft dann halten, ne? So, hier finden wir jetzt ja die nächsten Schlüssel und mit den Schlüsseln können wir dann zu der alten Dame gehen, weil sie hat gesagt, wir sollen wiederkommen, wenn wir mehr Schlüssel haben als sie. Da sie nur einen Schlüssel hat, da sie ja nur einen Schlüssel hat, und, können wir dann auf jeden Fall gucken gerne. Uh, beautiful. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Looks like I've tracked you down. It's really far down, actually. Ooh, it's beautiful. Atada. It's shiny. I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. I better split. Gut, da haben wir auf jeden Fall schon mal jetzt zwei Schlüssel, und mit diesen zwei Schlüsseln können wir jetzt eigentlich zu der alten Tante gehen und sagen, wir haben zwei Schlüssel. Wie um die Wut sich gekümmert? Ah, ist ja hier doch schon wieder heute. Wie um, wie um die Wut sich gekümmert? Wir haben einen besseren Weg. Der hat noch einen Schlüssel gehabt. Just put it where Three-Ford won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Ah, immer schon wieder diese Probleme, Freunde. Immer diese Probleme, wenn mal alles nach Plan laufen würde, ne? Na, ha. Was ist doch noch da, die Alte. Was ist doch noch da, die Alte. Ja, wo ist der Schlüssel jetzt schon wieder? Äh, geil. Damit hat natürlich jetzt keiner die Rechnung so gesehen, dass der Schlüssel nicht mehr da ist. Und wir haben ja immer noch hier diese, ah, da wo wir ne Karte für brauchen. Und ich weiß halt nicht, wie heißt der mit den Karten nochmal? Ich weiß das nicht, ich weiß das gar nicht mehr, wie das, wie der heißt nochmal. Aber der diese, der die Karten zeichnet, der ist ja... Das ist viel Arbeit, um die Karten zu sein. Ich glaube nicht, dass das ein Beben war, aber ich glaube nicht, dass das ein Beben war, das ist wahr. Das hat irgendwas mit den anderen zu tun. Kann ich das Buch dann zurückhören? Aber ich habe noch eine Idee, wegen dem Buch nämlich jetzt. So, hier ist auch so. Okay, 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 dann gehen wir nochmal da in den Eimer. So, jetzt können wir nämlich das Buch zurückbringen. Jetzt können wir nämlich das Buch zurückbringen und dann ein anderes Buch ausleihen für den anderen so gesehen, damit wir das Witzebuch wieder kriegen, damit wir den Witz erzählen können und eine Aufgabe schon erledigt haben. Also so ist mein Plan jetzt erstmal. Ob er natürlich aufgeht, ist die zweite Frage. Also er kann das Buch ja nicht durchlesen, hoffe ich doch mal so gesehen, weil das Buch halt endlos ist. Deswegen wird er ja wohl das endlose Buch nicht durchlesen können. Mein Plan. Gerade. Hey Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Ah, sag ich doch. Guter Plan. Hehe. Weil es halt unendlich ist, deswegen kann er ja unendlich daran lesen, so jedenfalls der Plan gewesen. Ich fahre viel umher und da, 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 da. Ich bin ein Pirat. Achso, hier wollte ich hin. Mal gucken, wie weit ich jetzt komme. Ich bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme. Ich bin gar nicht so doof, wie ich auch wäre, wa? Hohohohoho. Vöger! Es ist wichtig. Was ist das? Was wurde das? Wie hat der Demonstruex gesagt, wenn er auf ein Pitchfork stepped? Der war jetzt so flach, ne? Der war, der war... Ah, wir haben es bestanden, ne? Hey! Die erste von drei Aufgaben abgehakt. Ich konfisziere da, Alter. Einfach konfisziert. In der Zwischenzeit. In der Betthöhle. Oh Gott, ja, das waren wir. Wie viele Leute neben dir selbst wissen, die Location dieses Dreihen? Nicht viele. Ich habe jemanden darüber gesprochen, aber... Aber was? Wer war es? Na, ein Coincidence. Also wir waren das nicht. Ich habe bereits diesen Contest gewonnen. Ach so. Wo ist denn der zweite Wettbewerb? Der kann keinen Mob mehr machen. Fisch des Tages. Ach, hier ist dann das nächste, den Fisch des Tages. Fisch des Tages, okay. Obwohl mich der Appetit auf diese Egerhafte angehen hat, wieder erstaunt. Krötenfisch. Äh, okay, was ist das denn? Warte einen Moment. Der Bucke viel hat nicht viel. Es gibt keine Fische hier. Und die Contest kann nicht ohne Fische sein. Alle, gehen nach Hause. Jetzt muss ich noch den Fisch besorgen, so gesehen. Nein, jetzt muss ich noch den Fisch besorgen. Jetzt muss ich den Fisch noch besorgen für die Aufgabe. Was? Das ist ja nicht euer Ernst, aber jetzt muss ich das noch alles selber besorgen. Das ist totaler Quatsch. Wo soll ich jetzt den Fisch herbekommen? Die Zeit beginnt, jetzt. Ich habe keine Ahnung, was das sagt. Ist die Fisch gebrochen oder so? Nein. Nicht in der Mitte der Kon... Okay, aber wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Excuse me. Excuse me, wir haben jetzt seit 2022. Aber wenn ich jetzt das Feuerzeug... Ja, aber, aber, guck mal. Die wollen... Äh, warum muss ich jetzt für den Wettbewerb noch einen Fisch besorgen selber und so weiter? Ich bin ja wohl, oder was? Da ist richtig Excuse me. Da ist so richtig Excuse me angesagt hier, wie... Ich habe schon mal Feuer angemacht, jetzt, keine Ahnung. Ich habe schon mal Feuer angemacht, jetzt, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Ah, ich war zu spät, oder was? War ich zu spät gerade? Das muss ich nochmal machen, Dad. Das muss ich nochmal kurz testen, Alter. War ich gerade zu spät dran, ne, vielleicht? Warte, 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 warte. Warum will er überhaupt König werden? Jetzt nur wegen den Schlüssel, aber... So, was soll... Hä? Man muss dafür König werden. Ah, ich war nicht schnell genug, das war das. Jeb, schneller. Sag ich doch. Ach, wie er Ole sagte. Yeah. Eine saubere Lebensweise. Gut, habe ich das auch schon mal geschafft. Sehr geil. So, jetzt ist die Frage, wo kriege ich jetzt Fisch her? Wo kriege ich jetzt den ollen Fisch her? Am besten ja angeln, ne? In der Zwischenzeit kommt da... Es kommt ziemlich oft vor, dass er in der Zwischenzeit steht. What am I going to do? I can't get stand back here after that argument. If only I'd make copies right away. What was I thinking? Now I'm right back where I started. Excuse me. Are we interrupting? No. Sorry. What can I do for you gentlemen? We'd like to purchase some Death Globes. We're running low and we want to prevent hair loss and trim excess belly fat. You... Wait a minute, where did you hear that name? We read a flyer. We heard supplies were limited. The flyer. That's my mock-up. My one-of-a-kind, impossible-to-replace-project-saving flyer. Do you have it? Please tell me you have it. Ah, sorry. It fell into the sea. Fell into? Like it wasn't your fault. Well, it wasn't my fault. It was yours. Wait, I know. You could ask the nice blonde pirate for a flyer. Blonde pirate? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Ich glaube, wir werden sterben nachher im Nachhinein noch. Hear this looking little ship. Also, nachdem der Baum da abgesägt wurde oder das halt, was wir da gemacht haben, das Massaker so gesehen und jetzt noch den Flyer da verkackt haben, so ungefähr, naja. It's loud, about every 15 seconds. Like my Uncle Ernie. Okay. Frage ist jetzt, wo kriegen wir Fisch her? Für die letzte Aufgabe. Ohne Fisch füttert hier nix. Und den muss ich ja selber besorgen auch noch. Ich denke mal, für den Fisch nachher kann ich diesen Pfeffer halt benutzen, irgendwie. A bucket filled to the brim with rotten Fischbombs. Wo kriegen wir jetzt den Fisch her? Wahrscheinlich angeln, aber... Es wird langsam füllen mit dem Kastel. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Regina! Actually, let's be formal after all, shall we? Your Majesty. Yes. Thank you for the audience. I'll take my lead. Very well. You may go. I'm Guybrush Threepwood. Mighty Pirate. Wo kriegen wir... Wo kriegen wir denn den Fisch jetzt her? What do people do for fun around here? Runt. Nice to see. Wo kriegen wir Fisch her? Joa, das Bild habe ich jetzt. Aber was mache ich mit dem Bild? Zu holen ist definitiv nichts mehr jetzt. Hi. Hi. Skybrush? Yes? Did you... Did you maybe take something that you shouldn't have taken? No. I see. Love you. You too. Ah, die spricht jetzt gar nicht mehr. Love you. You too. Ich kann bloß Mewtwo kenne ich bloß. Ach so, jetzt kommt das gar nicht mehr. Hi. Hi. Love you. You too. Ich dachte, wir können noch mehr mit ihr reden, aber das hat wohl nicht mehr funktioniert. Oh, ich liebe das Ort. Es ist wie eine 100-foot-Candykane. Immer noch die Frage jetzt für mich einmal. Wo kriegen wir jetzt die Fische her? Ach, da unten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber... Also hier gibt es ganz viele Fische und da können wir nach unten gehen, aber wie kriegen wir die denn? Weil wir können ja hier ins Meer springen und da waren ja auch ganz viele Fische nämlich, aber wie kriegen wir die? Wie kriegen wir die Fische da raus? Müssen wir irgendwie alle ins Boot reinkriegen? Okay, sind keine Fische mehr da. Ne, hier sind, die Idee war jetzt, ja, die Idee war jetzt. Okay, doch keine Fische hier. Schade, ich habe gedacht, hier sind noch Fische oder so. Okay, gut. Ohne, wo bekomme ich jetzt Fische her? Wo kriege ich Fische her? Das eine Boot ist auf jeden Fall weg. Okay, kriege ich irgendwie Fische her? Der Schlüssel, der Schlüssel, ja, wo ist der versteckte Schlüssel? Auch wieder noch eine Frage so gesehen, irgendwo muss der Schlüssel versteckt sein. Die Frage, wo ist der Schlüssel versteckt? Sie hat gesagt, sie wird den Schlüssel verstecken, da wo ich nicht rankomme so ungefähr. Ah, also ist es bestimmt unter Deck, warte, 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 warte. Also ist der Schlüssel bestimmt unter Deck hier, bei den Vögeln vielleicht. Da, 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 da. Ich hatte schon ein paar Schöne. Oder auch nicht. Wo könnte jetzt der Schlüssel? Gut, machen wir jetzt erstmal das, wo der Schlüssel eventuell sein könnte. Old boots and deodorant. It's like it's kind of soothing in a weird way. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. Sie war unter Deck. Sie war auf jeden Fall hier und hat den Schlüssel versteckt. This must be Whitey's stolen key. Suspiciously easy, but I'm good with that. Hä? Hä? Da war der Schlüssel jetzt... Da war der Schlüssel jetzt einfach da gewesen auf der Truhe. Äh, da auf dem Ding ist auf der... Nicht auf der Truhe, aber ihr wisst was ich meine gerade. Auf der Kiste war gerade der Schlüssel einfach so gewesen. Das war ja ziemlich einfach gerade, muss ich sagen. Okay, ja. Ne, dann ist das halt so, ne, würde ich sagen. Ja, Ola, da hat man den Schlüssel hat sich erledigt, den haben wir schnell gefunden. Das fehlen bloß noch die Fische. Die Fische, damit ich einen deinen Schlüssel bekomme. Dann habe ich jetzt... Drei, vier... Da muss ich gleich, gleich, gleich mal gucken, wie viel mir noch fiel nachher im Nachhinein eigentlich. Und zwar... Ähm... Ähm... Und zwar, und zwar, und zwar To-Do-Lisse. Also, ich brauche nur noch zwei Schlüssel dennoch. Zwei Schlüsse brauche ich jetzt noch. Das eine ist mit dem Wettbewerb, wo ich nicht weiß, wo ich die Fische herbekommen soll. Aktuell jedenfalls. Und das andere ist da durch das Labyrinth. Wie komme ich durch das Labyrinth? Am besten wäre es ja so gesehen, dass ich den finde, der die Karten malt. Wenn ich ja den finde, der die Karten malt, so gesehen, dann kann der mir bestimmt eine Karte malen. Wir gucken uns das am besten gleich nochmal an. Da waren ja irgendwelche Kreuze und vielleicht... Ah, weiß ich nicht. Hilft uns das ja irgendwie ein bisschen weiter. Ah, aber erstmal... Erstmal, erstmal, erstmal... Was wollte ich jetzt auf der Insel hier? Was wollte ich jetzt auf der Insel hier eigentlich? Was wollte ich denn auf der Insel hier? Ähm... Ach, wegen Fische wollte ich nochmal gucken, stimmt. Ich wollte nochmal kurz gucken, äh... Hier, da wo das Restaurant war, ob es da... Ob der, keine Ahnung, Fischvorrat hat noch oder... Ich weiß es ja gar nicht. Ich bin näher als immer, um das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Ich bin nicht näher, um es zu kümmern zu sein. Ich höre, dass Patio-Dining ist all die Rage in diesen Tagen. Man könnte das als ein Headstart auf Renovationen denken. Insurance would probably have helped. Ja, mit nem Fischen weiß ich nicht. Gut. Egal. Was ist das denn? Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroy the historic mob tree. Na, wer hat den Mobbaum zerstört? Wer ich den kriege, ne? Der den Mobbaum zerstört hat, ne? Dann, dann sitzt das aber was hier. Der hier sich ja mal zapfe streichen, ne? Die arme Mobbaum hier, ne? Keiner, keiner hier so, also... Bitte euch. Sowas, ne? Also wer sowas macht, ne? Der frisst noch kleine Kinder, so. Boah, ich muss sie jetzt erst wieder anzünden, ne? Das Ding ist ausgegangen? Was? Ist das für ein Realismus hier auf einmal? Okay. Wo kommt denn hier der Realismus auf einmal her? Ja, ja... Äh... 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 Ja, ich weiß nicht wo der Kartenmaler hin ist. Und... So, irgendwo auf der Insel soll hier noch ein Schlüssel sein, ne? Der Schlüssel ist bestimmt hier irgendwo dran. Gehen. Gehen. Vielleicht dort lang. Vielleicht... Ja. Hier ist ein Kreuz dran auf jeden Fall, aber wenn ich hier lang gehe, ist hier auch ein Kreuz dran. Und da auch. Deswegen habe ich gedacht, dass hier ja das erste Kreuz ist. Aber dann kommt hier kein Kreuz mehr. Boah, wir brauchen ne Karte. Das sind... Das sind zu viele Möglichkeiten einfach. Das sind einfach zu viele Möglichkeiten. Wir brauchen ne Karte, aber wo könnte da sein? Wo könnte der sein? Ah, ich glaube das geht mit den Kreuzen irgendwie, ne? Guckt mal. Tatsache, das geht mit den Kreuzen einfach. Oh Gott! Ah! Ach, das ging mit den Kreuzen einfach. Lol! Oh! Alter Mann! Alter Mann! Glücklich, dass du auf meinem Bett landest. Hermann Toothrop? Ich glaube so. Wer ist das? Hermann Toothrop, wer ist das? Habe ich irgendwann schon wieder verpasst? Ole, kennst du den alten Mann hier eventuell? Der St. Hermann. Der St. Hermann. Der St. Hermann. Der sagt mir nix. Alles klar. Es gibt auch Figuren, die Ole einfach nichts sagen. Ja. 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 Und wie ein Mensch rauskommt? Ja. Typisch... nicht rauskommt. Kann ich dir was? Ja, das wäre schön. Oh, Jesus. Es ist eine goldene Schläge. Kein Bezug! Du warst auch für die Schläge. Das ist so, dass du da bist. Ist das? Ich denke, das würde mir Sinn machen. Wir machen ein Deal für die Schläge. Ich bin ziemlich sicher, dass ich es für einen Grunde genommen habe. Aber eine Jahrzehnte oder so in einer dunklen Schläge kann das lustige Dinge zu deinem Erinnern. Also, lass mich hier raus und dann lasse ich dir die Schläge haben. Wenn du mir die Schläge haben möchtest, dann lasse ich dich aus der Schläge. Das klingt gut. So lange, als es zuerst die Schläge nachher ist. Warum weiß ich dir? Ich weiß nicht. Wie weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich weiß, dass ich dich vertraue? Ich weiß nicht! Wie weiß ich, dass ich dich vertraue? Just, gib mir die Key schon! Nein! Es muss die Key erst, dann die Escape. Es muss die Escape erst, dann die Key. Ich habe die Key für das größere Good. Für das größere Good von dir, sicherlich. Gib mir die Key! Was weiß ich, ist in der Dunkel, glaube ich. Ich bin die Lampe! Ich habe genau gewusst, dass jetzt in der Dunkel ist. X, Y, Z, Z, Y. Well, that wasn't so hard. Also, apparently the sign is magic. What happened to Mr. Tooth-Royce? Did you get out of the cave? How did you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Wuppala, wir sind einfach da rausgekommen jetzt gerade, indem wir das gesagt haben, was auf dem Schild drauf stand, sind wir einfach wieder zurückgekommen. Und er ist immer noch in der Höhle drinnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, Kapitän. Du hast nicht. Ich warst auf meine eigene Initiative. Wenn ich eine Initiative will, ich will das. Natürlich, Herr. Ich brauche dich als Team-Spieler. Und jetzt, die Team ist auf eine Sache. Das ist das? Ja, Herr. Was? Was ist das mit? Ja, das ist nur so, dass einige von der Crew haben schon gesprochen. Sie sagen, schonmal! Das Gefühl ist, dass das Secret nicht wirklich ein Team-Spieler ist. Es ist nur so, dass du glaubst, dass das Secret nicht wirklich ein Team-Spieler ist. Es ist nur so, dass du glaubst, dass du das Secret auch macht, dass du das Secret nicht gewinnen, überlegen die 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 aber der ist ja ziemlich böse muss ich schon sagen Ziemlich böse. Der kommt mal da einfach zurück. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. War bloß Zufall, dass ich da drauf gedrückt habe, weil das geleuchtet hat. Dann habe ich mir gedacht, so... Ich habe gedacht, das leuchtet uns den Weg. Habe ich ehrlich gedacht, aber... Dass das so geht, ist ja auch schön. So. ... Habe ich nicht schon viel gehabt? Wo sind denn die anderen? Hä? ... 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 Du weißt, vielleicht wäre es eine große Gag über ein secretes Öpening zu ein System von Tunneln oder so etwas wie das. Bitte, nicht über die Tunneln neben der Präsidung, Sir. Ja, jetzt ist die Frage nur noch, wo man Fische herbekommt jetzt. Wenn wir jetzt da hingehen, dann wird es schwierig sein. Wo kriegt man denn Fische her jetzt? Wo kriegt man Krötenfisch her? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der da so einen Köder nicht hat, aber halt, wo man angeln mit kann. Das hat er ja. Einfach so hier so mich hinstellen und gucken, ob da Fische sind, ist ja auch Quatsch. Ich kann ja nicht jetzt überall hier einfach reinspringen ins Wasser und gucken, ob da Fische sind. Pose, Eisangern. Eisangern. Schwierig. Also hier finde ich schon mal keinen Fisch, wie es aussieht. Alte Fischteile. Ich brauche eine Information, wohin ich segeln kann, Ole. Ich muss hier irgendwo hinsegeln. Und da wird es denn, da ist dann Fische oder so. Keine Ahnung. Ich muss langsam das Geheimnis mal in der Bette gehen können. Alles gut, Ole. Alles gut. Hier wird keiner gezwungen, hinzuzugucken. Alles Gute. Ich werde auch nur noch dieses Kapitel heute durchspielen. Also dieses Kapitel werde ich jetzt noch spielen. Und dann mache ich ja auch Pause. Also das mit den Fischen will ich auf jeden Fall noch klären hier heute. Das mit den Fischen will ich auf jeden Fall noch klären hier heute. Da werde ich dir mal gucken, ne? Ich fahre nochmal zu dem Chefkoch am besten, ne? Vielleicht hat der ja einen Plan. Alles Gute, Ole. Gar kein Temor. Wie gesagt, das Kapitel mache ich hier heute noch. Und dann mache ich auch Schicht im Schacht. Anni müsste mir der Chefkoch ja sagen können, wo er Fische bekommt oder nicht. Ich bin näher, als immer zu finden, das segrete Monkeisland. Ich bin nicht näher, als es zu bemerken. Ich bin nicht näher, als es zu bemerken. Ich bin nicht näher, als es zu bemerken. Ich bin nicht näher, als man ihn reingeballert, ne? Und streich nicht wieder von Hause Hause als Batgirl, ne? Das ist leicht unästhetisch manchmal. Ich habe da dubiose Aufnahmen gesehen von dir. In dem Batgirl Kostüm, ne? Das soll sich nicht wiederholen. Vielleicht weiß Granny Bescheid. Fische, wo krieg ich mal Fische her? In der Schlange warten. Hey Lina, was geht ab bei dir? Wie war dein Stream so? Auch nichts wirklich drinnen. Auch nichts wirklich drinnen. Ich glaube, ich hole mir eine Idee. Ich glaube, ich hole mir eine Idee gerade mal, weil ich weiß auch nicht, was ich mit dem Bild machen soll. Ich glaube, ich hole mir eine Idee, was ich mit dem Bild machen soll. Also es muss schon hier sein. Es muss schon hier sein wegen dem Fisch. Also muss es ja doch schon hier sein mit dem Fisch. Aber ich habe hier eigentlich alles abgeguckt. Da habe ich noch einen Hinweis. Da. Da. Da ist ein Fischladen. Da ist der Kartenladen gewesen. Da ist der. Da war ich doch noch nie drinnen in den Fischladen oder wie. Hä? Bin ich so beschränkt heute? Ja. Ich war dann, ich war da, ich glaube, im ganzen Spiel noch nicht drinnen bis jetzt in diesem Fischladen. Fisch. Deswegen habe ich das gar nicht realisiert, dass man da reingehen kann. Ich habe gedacht, die Oma wohnt da einfach nur. Fisch. 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 Du Allah persönlich. Fisch. 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 Martin. Hauxbott sich. Die Fisch. Wir möchten sie ihm sehen. Die Wischau sind aus guttamm Shapens gero hartriere Community genieuren. Auf Himgänzis哎, ja. Mit每eren Gesprächen. Oh nein, ich drücke gerade. Ah, verwirrt. Okay. 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 Bye! Das ist eine optionale Aufgabe, okay? Das hast du gesehen, eine optionale Aufgabe, okay? Krötenfisch wäre ganz gut, okay, 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 so jetzt haben wir den Fisch besorgt, endlich mal, das können wir hier oben hin. Das Kapitel geht auf jeden Fall länger jetzt, als das Kapitel, was ich vorher gespielt habe. Darf man mal ausgehen, so. Kann auf jeden Fall aber das mal machen, ja. One time. My ship was swallowed by a whale. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right, but if you are one, you'd say angler. I would. Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic-sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Okay, one time. My ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chump-chumping linebreaker, if ever there was one. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. Clearly, you've got a lot to learn. You want to find some other chumps to practice on. Okay, okay, okay. Das kann ich ja noch kurz was gucken da einmal. Ist ja ein Seeteufel. Ja, ist auch einer. Er ist auch einer von den Seeteufeln. Äh. Er ist auch einer von den Seeteufel-Line-Breaker, if ever there was one. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish. Glistening like liquid silver. Dashing through the waves. Stretching my line out like the truth. Grrrr, to pure. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Okay, one time. My ship was swallowed by a titanic alabaster whale. With eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Dazzling. I can see you're developing your flight feathers. Keep talking to other chums and you'll really learn to soar. Theoretischerweise, wenn wir das machen, das ist jetzt eine optionale Aufgabe. Also theoretischerweise, wenn wir das jetzt komplett durchgemacht haben, äh, dann, äh, würden wir hier eine Trophäe eigentlich erhalten. Aber wollen wir auf leicht spielen, kriegen wir die Trophäe nicht. Hier auch einer. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind eigentlich. Aber ich krieg dafür keine Trophäe nachher. Oh damn. Weil ich auf leicht spiele. Ich weiß gar nicht, wie viele die Leute sind. Es sollte zu Beginn kommen, wie ein, ähm... Ein Beginn? Wie ein Beginn, genau. Wie, ich war auf der Seite von einem späneigen Galleon mit Portsface und Ichijo. Und dann all of a sudden... Und dann, du, dich von daher. Willst du es versuchen? Okay. Da ist gerade einer Blockade. Und dann, all of a sudden... Ich will nochmal gucken, ich glaube, ich weiß, wer vielleicht noch einer wäre. Na, die Omi ist keiner. Da sie ja ganz viele Bücher hat, ist hier vielleicht auch einer davon. Nö, leider keiner davon. Schade. Ich kann nicht, dass hier einen Jungs war. Ich kann nicht, dass hier ein Jungs war. Pass. Go out and find more Chums to advise you. They'll know when you're ready. Das ist ja bestimmt keiner, ne? Doch, es ist sogar auch einer, was? Hey, jetzt nicht gedacht. Skybrusche, du hast die Chums. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ein neues Hobby wird dir helfen, deine Meinung zu dem Zehnten. Ähm, sicher. Na, lass uns hören, was du hast. Ich habe gerade durch eine Blockade so dick und zufrieden als die Krabbiskut in der Skumbar. Und dann, all of a sudden, mein Schiff wurde durch eine titanische Alabaster-Wale getrunken, mit eyes like Destiny und skin tattooed by a hundred harpoons. Das ist ein guter Skybrusche, aber ich glaube, du hast die wichtigste Sache. Was ist es wie in der Wale? Was ist passiert da? Leute wollen über die Erfahrung. Das macht Sinn. Willst du es mal probieren? Okay. 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 I had just broken through a blockade as thick and deadly as the Krabbiskut in the Skumbar. And then, all of a sudden... My ship was swallowed by a titanic Alabaster whale, with eyes like Destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat. A layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. I think you've got it. This could be a whole new path for you, Guybrush. You know who you should talk to? Lock Smith. At Smith's Locks on Melee. Thanks. Okay, mit der soll ich jetzt reden? Okay. Mit dem Schlüsseldienst soll ich reden? Okay. So ist hier auch einer davon. Da ist der Oma. Da ist der Seeteufeldinger. Ah. Ja, warum ich jetzt die Aufgabe mache, weiß ich gerade selber nicht so wirklich. Ah, ich finde es interessant, deswegen mache ich dir jetzt einfach die Aufgabe. Und weil ich vielleicht, wenn ich jetzt speichere oder aufhöre, mir das einfach sowieso nicht mehr merken kann, naja, im Nachhinein, was ich da gedrückt habe. Deswegen mache ich das lieber jetzt alles. Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. Hmph. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get away? Did someone get married? Or killed? Or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Okay. I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit that's overcoat. Let's go, was for a fall steht. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale, with eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake batter. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. I think you've got a lock on it. You assemble the pieces very well. I think they'd appreciate your tails across the way at the fish shop. Okay, dann dürfte ich das jetzt haben. Guck, dann geh ich mal rüber einmal. Und dann mach ich das Ganze mit, und dann mach ich das mit dem Fisch. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? And don't be nervous, thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab bisque at the scumbar. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale, with eyes like destiny and skin tattooed by a hundred harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese, with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. One false move, and you'd be wearing Jonah's overcoat, a layer of greasy phlegm as thick as day-old pancake bat. And then we escaped through the digestive system, ship and all. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a total of a master. Master, congratulations. Alter. Hä, die Trophäe gab's trotzdem, sehe ich gerade. Hä, die Trophäe gab's jetzt trotzdem gerade? Spiel ich auf normal oder spiel ich auf leicht? Aber hä, ich dachte, ich spiel auf leicht. Oder spiel ich jetzt? Spiel ich aus. Preis, zum. Okay, alles klar. Wahnoptional-Aufgabe habe ich aber gemacht gerade. Gut. Nee, t-t-t-t-t. Oh, hier ein. Hm. Nein. Gut. Kann ich nicht noch, hier. Da, da gehen wir zum Zip. So, jetzt geht's los. Spiel ich schon wieder drei Stunden fast? Alter, für das Kapitel brauche ich eine Ewigkeit hier gerade für dieses Kapitel hier. Und in den Challenger's Chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of this original team, the newcomer Guybrush Threepwood, Esquipe. Die sind alle gefeffert. Hier. This may be a bit spicy. And now, let the eating commence! Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Okay, 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 ich habe da irgendwas verkackt gerade, weil wir haben ja dann beide so einen gifffelten Fisch gegessen. Das ist ja Quatsch. Aber ich habe ja auch noch welche dran. Aber ich habe ja auch noch welche dran, sehe ich gerade. Also, okay. Okay, 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 ich habe nicht alle da rein gemacht in den Eimer, wie ich gedacht habe, sondern nur einige. Das heißt, ich könnte jetzt einfach... Das macht denn schon mehr Sinn. Zwei Beine? Das ist mehr, als sie hat, oder? Ich kann das jetzt stoppen. Ja, du kannst das, wenn du möchtest. Wir sind jetzt König! Tada! Und so. Eine friedliche Machtübergabe. Bermuda. 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 die gestorben wenn du auf die kicke die kicke die kapitel fachhaft das ist der gelaufen das ist ja echt gut gelaufen gerade oder auch er nicht Wood hat all the keys?! Das ist richtig, Kapitän. Ich habe gerade die letzte letzte. Prepare für die Melee-Eisland sofort! Was ist mit meinem Spell? Es ist fast bereit. Ich bin sicher, dass ich etwas Verwendung für ihn später finder werde. Ich bin Angst, dass ich die Verwendung für dich, aber... Oh, du bist mir betrönt? Ich bin derjenige, der das macht. Aber ich respektiere Talent und andere Menschen. Aber wir wissen, was da drin ist. Ich mache keinen Cliffhanger jetzt. Ich will wissen, was da drin ist. Da! Das Geheimnis von Monkey Island. Es ist kitschiger als die Kirche, aber trotzdem schön. Und es ist einfach nur wieder eine Kiste, wo ein Schloss wieder rein muss. Wo wieder ein Schlüssel rein muss. Okay. Hm. Ich war nicht wirklich über die Möglichkeit, dass noch ein anderes Schloss noch mehr zu haben. Es scheint, wie ein Überlebnis zu haben. Nun, es ist kein Serial-Nummer. Vielleicht kann ich es öffnen. Das ist kein Problem. Ich wähle ihn als ein Puzzle. 3-4! Uh-oh! Es ist kein Däger! 4-4! 3-5! 5-6! 4-5! 5-5! 4-6! 5? 5-8! 5-9! 5-9! 3-9! 7-9! 5-9! 5-9! 5-9! 6-9! Sie immer gewinnen in der Ende. Du solltest es versuchen, irgendwann. Gut, Glück, auf die Öffnung. Es ist gut gemacht. Ich versuche alles, was ich für eine ganze Minute gedacht habe, und ich habe es nicht gemacht. Natürlich nicht. Das Geheimnis kann nur in einer Ceremonie-Chamber, die tief in den Böbeln der Monkey Island sein. Das wäre schön, zu wissen, vorhin. Ich weiß gar nicht, wie lange jetzt das Spiel überhaupt noch gehen wird. Oh Gott, guck mal einmal. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das machen kann. 100. 100. Whiteybone hat gesagt, sie sah du kommen. Bist du gut? Nein. Ich meine... Ja, ich bin gut. Du willst zu sprechen? Der Truck hat das Geheimnis. Und er ist für die Böbeln der Monkey Island. Die Caverns unter dem großen Monkey Head. Es gibt keine Zeit, wir sprechen auf die Weg. Teil 5 Unter dem Affenkopf Aber das machen wir erst das nächste Mal Ich will mal ganz kurz gucken, wie lange brauche ich denn noch eigentlich ungefähr Das ist ein besserer Weg, um hier zu kommen, als die Potion zu machen Ich muss definitiv die Noten zum nächsten Mal Ja, ich hoffe, es wird nur so, dass es all die Arbeit wert wird Was auch, das war einfach Ich spreche nicht über die Reise Ich meine, all die Arbeit, die du getan hast, um es zu gehen Nicht zu nennen, den Traum der Destruktion, die du in deinem Weg hast Okay Das ist, du weißt Okay, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, sehe ich gerade Das ist das letzte Kapitel, wo ich gerade mal kurz mir einen Überblick verschafft über die ganze Sachlage Das ist nicht mehr so lange, also eigentlich Ja Ich, äh Es dauerte viel mehr als 5 Minuten Ich musste erst ein paar Kontexte gewinnen Ja Odina hat mir gesagt, dass du deine Schmerzen hast Au Sehr lustig Odina hat auch gedacht, dass du auf deinem Algebra-Test verbringst und versucht, sie zu schützen Hm 30 Minuten vielleicht noch Vielleicht noch Pi mal Daum so 30 Minuten gerade Ist das? Das ist jetzt nicht mehr so lange Da könnte ich mir eigentlich überlegen, dass ich dazu heute noch durchspiele Das ist aber auch schon wieder 23 Uhr 30, ne? Das ist ja Wahnsinn, Alter Das ist ja aber auch schon wieder spät hier heute Und ich habe mir so gedacht, so heute noch, heute spielt es das bestimmt nicht mehr durch Aber dass ich jetzt schon wieder so lange dran sitze an dem Spiel hätte ich nicht gedacht Ja Und ich habe keinen Weg zu wissen, dass das in advance Well, du bist glücklich zu wissen, dass er es geschafft hat Ich rescued ihn selbst Ich bin glücklich zu wissen, dass das Danke Remind mich warum wir all das sprechen Es ist nur, ich bin mir worried, dass das Schmerzen Und wenn du nicht möglicherweise nicht auf die Erwartung und die Anticipation Was genau wirst du finden? Entschuldigung Die Schmerzen und die größere Dinge Wer sind wir? Warum sind wir hier? Na ja, vorsichtig was du wünschst Hier geht's Wir gehen Ich erinnere mich. Es sind die Schmerzen Die große Schmerzen Oh, die Schmerzen Selbst in den Schmerzen Wahrscheinlich nur 80% von ihnen sind die Schmerzen Wie würde ich entfernen, damit du keine Angst hast? Na ja, na ja Du gehst weiter, liebige Ich werde auf dich Okidoki Aber ich würde sagen Das große Finale Machen wir einfach Nächsten Donnerstag Klar, es ist jetzt nicht mehr lange Es ist vielleicht jetzt bloß noch Eine halbe Stunde oder 40 Minuten oder wie auch immer halt Aber trotzdem würde ich sagen, dass wir das einfach das nächste Mal machen So Speichern Zack Gespeichert So, fertig So, jetzt gehen wir mal zurück Einmal Kann ich hier beenden Warte Ab 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 So meine Freunde, meine lieben Freunde, das war das heutige Video, hoffe das ganze hat euch gefallen, ja das war einfach mal der Twitch Stream, komplett uncut hochgeladene und ja die Qualität ist jetzt nicht so optimal wie schon erwähnt gerade, weil das muss von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mehr drin, wie in meinen regulären Videos. Dann noch, wie gesagt, hoffe das ganze hat euch gefallen und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet und zwar hier den Link einmal, könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch und für YouTube nicht vergessen und rechts Abonnierbutton raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nächstes Mal passt von mir, GFBern und Alf wird das nächste Mal denke ich auch dabei sein wieder und ihr wünscht euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund, flauschig und natürlich bis nächstes Mal und bis dahin immer schön weiter zocken, also haut zu rennen. Bis zum nächsten Mal.